Dieses Video wurde extrem oft von euch gewünscht und deswegen gibt es heute mal meine ganz ehrliche Meinung zu unserem deutschen Schulsystem. Und wir möchten auch einfach direkt rein starten, das heißt das ist ein spannendes Video, holt euch eine Tasse Tee oder was auch immer und lasst uns einfach darüber quatschen, weil mir ist das auf der einen Seite vollkommen egal, muss ich ganz ehrlich sagen, mich juckt es nicht viel, ich bin niemand, der sagt, man muss das Schulsystem ändern und bla bla bla. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine entscheidende Sache und natürlich auch mit meiner Arbeit als Abiturcoach habe ich damit tagtäglich zu tun. Viele von euch als Abiturathleten fucken sich wirklich darüber ab, sagen, ey, Alter, ich hocke hier in der 11. Klasse und ich bin schon 3 Monate in der 11. Klasse und ich habe noch nichts gelernt, von dem ich davon ausgehen kann, dass ich es in meinem Leben mal brauchen werde. Und da stimme ich euch auch zu, also das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass inhaltlich sind schon einige Fächer interessant und die kann man sich auch definitiv anhören und damit kann man vielleicht auch später mal noch irgendwas mehr verknüpfen, aber in meinen Augen sollte ja der Anspruch des Schulsystems nicht sein, wir wollen nur irgendwas machen, was man irgendwann mal brauchen kann, sondern wenn man sich die Schule einfach mal grundsätzlich ganz distanziert als Einheit anschaut, was die Aufgabe davon ist, ist ja im Prinzip nichts anderes als einfach unsere heranwachsenden Menschen auf das Leben in unserer Gesellschaft und vor allem in der neuen und nicht in der Welt, die in der Vergangenheit war oder die jetzt ist, sondern die dann in der Zukunft entstehen wird, vorzubereiten. Und da muss ich sagen, macht unser Schulsystem schon einen richtigen Scheißjob. Also kann man nichts anderes sagen. Ich hasse es, ich hasse es, wenn Leute auf dem Schulsystem rumhauen und nichts machen. Das will ich auch gleich vorneweg sagen, ich finde es schade, dass das Schulsystem aktuell so hart gebasht wird, weil ich das Gefühl habe, viele wollen einfach nur, ja, drauf rumhacken, einfach nur ein bisschen drauf rumgehackt haben. Ich persönlich werde auch ein bisschen meine Kritik äußern, aber einfach nur, weil ich weiß, dass ihr das gerne hören möchtet, also ihr möchtet einfach meine Meinung hören, deswegen gebe ich sie euch. Aber ansonsten auch in Kommunikation mit anderen Menschen, mit meiner Familie oder sonst was, ich enthalte mich aus solchen Diskussionen immer. Ich sage da nie was dazu, es ist auch fast nie Gesprächsthema, weil ich mir sage, ey, ohne Spaß, entweder du redest über ein Thema und machst was dafür oder du lässt es halt gleich bleiben. Alles andere ist für mich einfach, I don't know, man, I don't know. Und, ja, aber deswegen zu meiner Meinung, weil sie euch eben interessiert, ich bin der Meinung, dass man das Schulsystem wesentlich besser machen könnte. Ich glaube, es gibt so viele wichtigere Fähigkeiten, die man im Leben erlernen kann, vor allem auch mit Hinblick auf die Zukunft. Ein großes Vorbild von mir, Gary Vaynerchuk, einer der erfolgreichsten amerikanischen Unternehmer, leitet die größte Marketingagentur der Welt. Er hat das eigentlich in einem Satz mal sehr smart gesagt. Und zwar, du kannst innerhalb von zwei Sekunden alles an Fakten wissen, googeln. Und das ist krass. Das ist krass, weil wir lernen in der Schule eigentlich nichts anderes als Fakten wissen. Also alles, warum werden denn Handys verboten, ist natürlich nicht nur der einzige Grund. Aber, verstehst du, wenn du ein Handy parat hättest, wirst du wahrscheinlich in den, in sehr vielen, ich meine, klar, natürlich ist ein Transfer und dann ist es schwieriger, aber schon sehr gut. Also komplett, wenn du komplett unvorbereitet, aber dafür mit Handy in die Klausur gehen wirst, wirst du schon ziemlich gut abschneiden. Und das zeigt uns eigentlich, wie, ja, wie überflüssig auch einfach der Großteil der Dinge ist, die wir lernen. Weil wir vergessen es doch sowieso. Also wir vergessen auch diese, diese Fakten vergessen wir doch sowieso zum Großteil. Und wenn wir sie sowieso hinterher binnen Sekunden nachgoogeln können, hat es sich eigentlich nicht wirklich gelohnt, da so viel Zeit reinzustecken. Deswegen, das ist, finde ich, ein super einfaches Beispiel, das auch sofort sehr legitim ist, wo man definitiv was verändern kann. Dann, ja, man kann immer was sagen über Klassengröße und so weiter, aber das ist mir zu detailreich. Und da gibt es so viele verschiedene Arten und Weisen. Und da bin ich auch zu wenig in der Psychologie dahinter drin oder auch in dem, was kapazitätsmäßig für Deutschland überhaupt möglich wäre. Deswegen will ich auf ein ganz anderes Thema eingehen. Und zwar, was sind denn konkrete Verbesserungsvorschläge? Weil ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die in dieser ganzen Debatte immer viel zu kurz kommt. Das ist immer so einfach zu sagen, oh, das ist kacke und das ist dumm und Schule soll abgeschafft werden und was weiß ich. Aber was sind denn konkrete Lösungsvorschläge? Und ich persönlich bin jemand, der extrem aufgeschlossen ist gegenüber der Zukunft, der das Internet als eine unfassbare Möglichkeit sieht und auch die Selbstständigkeit des Menschen eigentlich immer als einen sehr hohen Wert sieht und der da auch sehr stark dran glaubt. Das heißt, in meinen Augen sollte oder ist auf jeden Fall, vor allem ab einem gewissen Alter, ich denke, wenn man noch jünger ist, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man einfach auch Kontakt mit anderen Menschen hat. Aber gerade je älter man wird, wenn sich dann vielleicht auch schon Freunde gefunden haben, mit denen man automatisch auch in der Freizeit was macht, dann macht es in meinen Augen wirklich Sinn, sehr viel auf online umzulagern. Also, dass man wirklich vielleicht einfach, ich weiß nicht, dass es dann die Webseite gibt, die deutsche Schule oder was auch immer und dass man da dann einfach kostenlose Online-Kurse belegen kann zu den verschiedensten Themen und dass du dann vielleicht auch innerhalb dieser Online-Kurse gar keine Noten mehr bekommst. Es geht einfach nur darum, zu wie viel Prozent hast du sie abgeschlossen oder wie gut bist du auch in der Abschlussprüfung vielleicht dann gewesen. Vielleicht gibt es dann auch praktische Aufgaben, also wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs dazu machst, wie präsentiert man selbstbewusst, dass du dann am Ende einfach vor dem Video oder vielleicht auch vor einer echten Menschenmenge einen Vortrag filmst und der dann einfach von Professoren oder was auch immer sich angeschaut wird, vielleicht von professionellen Public Speakern, die da wirklich Ahnung davon haben und dir dann einfach eine gewisse Note geben oder ein gewisses Level und dann, ja, du einfach quasi diese Qualifizierung als Teil deines Profils hast und dann andere Leute, die dich da vielleicht dafür einstellen wollen, dich dafür bezahlen werden, können sich das anschauen. Irgendwie so in der Richtung, glaube ich, wird es die Zukunft sein, die gewissermaßen auch unumgänglich ist. Die Frage ist, denke ich, nur, wann sind wir oft jedoch auch konservatives Deutschland bereit dazu, so einen Schritt zu gehen, weil die Umbrüche sind natürlich enorm. Also ich meine, allein stelle ich mal vor, die ganzen Schulen würden leer stehen. Wird nicht passieren, denke ich, aber es wird halt so für irgendwas anderes genutzt. Aber das ist halt schon krass und dem muss man sich auch bewusst sein. Aber ich glaube, dass da definitiv was passieren muss. Ich glaube, das Internet ist the way to go. Ich glaube, es geht nicht mehr darum, Fakten auswendig zu lernen. Ich glaube, es geht darum, wirklich wichtige Skills zu erlernen, seien das Mathematik und auch irgendwie mit Technik umgehen können, seien das Psychologie, den Menschen noch mehr zu verstehen. Ich meine, Bedürfnispyramide nach Maslow sagt ja ganz klar, am Anfang mussten wir uns halt vor 2000 Jahren erstmal darum kümmern, dass irgendwie wir Essen bekommen und dass wir geschützt sind und dann geht es halt um soziale Beziehungen und so weiter und dass man Geld halt hat und so weiter. Und mittlerweile sind wir halt vor allem in Deutschland einfach in vielen Teilen schon so weit, dass Menschen sich halt wirklich in der Schule vor allem die Frage stellen, was ist denn mein Sinn im Leben? Ja, da geht es gar nicht mehr darum, kann ich irgendeinen Job finden, mit dem ich Geld verdienen kann? Das ist eigentlich fast schon gegeben bei den allermeisten, sondern die Frage ist vor allem, was ist mein Sinn dahinter? Und da ist natürlich sowas wie Psychologie, persönliche Weiterentwicklung sehr, sehr wichtig. Und ich denke, dass wir einfach solche Jobs noch mehr fördern sollten, weil die Entwicklung passiert so viel schneller, das Internet, die Technik, die Maschinen, was auch immer, rollen in ihrem exponentiellen Wachstum so langsam komplett über uns drüber und da sollten wir uns lieber früher als zu spät Gedanken machen, wie wir dem entgegenwirken wollen. Und gerade dadurch, dass es so einen großen Umbruch braucht, denke ich auch, sollten wir lieber früher mit dem anfangen als später. Aber auch da möchte ich nicht zu viel appellieren, weil ich bin ganz ehrlich, ich beschäftige mich dann lieber mit meiner Sache, die Sache, die ich hier aufbauen möchte, anstatt mich dann irgendwie noch auf Demos zu schmeißen oder irgendwelche Nebenprojekte zu starten. Deswegen, wie gesagt, von meiner Seite ist es für mich ein Thema, was wichtig ist, aber ich sage auch ganz ehrlich, es ist für mich nicht so wichtig, dass ich mich aktuell aktiv dafür engagieren möchte. in zwei, drei Jahren mag das anders aussehen, vielleicht gibt es dann eine eigene Abiturathleten-Schule, wo dann alles tausendmal geiler ist, wo man mit Spaß hingeht und eigentlich nicht mehr nach Hause möchte. I don't know, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber bis dahin ist es eben einfach wichtig, dass ich mich auf meine Sache konzentriere und ich denke, so sollte auch jeder selbst seine Entscheidung treffen. Also, möchte ich mich dafür engagieren, möchte ich mich dafür einsetzen, dann macht was, was ernsthaft ist, was Sinn macht und wenn nicht, dann macht es in meinen Augen auch nicht so viel Sinn, darüber zu sprechen. Bringt natürlich auch ein bisschen was, weil man sich einfach austauschen kann und das Thema in aller Munde ist, aber ja, ich glaube, das Wichtigste bei dem Thema, vor allem für diejenigen, die was verändern wollen, ist, dass sie anfangen, wirklich was zu verändern und nicht immer nur an irgendwelchen Tischen über ein, zwei Bier darüber sich Gedanken machen und ja, das von meiner Seite zu dem Thema, schreibt mir gerne, es würde mich unbedingt sehr stark interessieren, eure Meinung in die Kommentare, wie seht ihr das deutsche Schulsystem, was sind in eurer Meinung nach die größten Probleme und vor allem auch, was sind konkrete Lösungsvorschläge eurerseits, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass wir das noch mehr einbringen und ja, ich bin gespannt, die zu lesen, freue mich schon darauf, werde wie immer natürlich alle Kommentare beantworten, ein bisschen in die, ja, Diskussion mit reinjumpen, ihr könnt natürlich auch in andere Kommentare, die euch anschauen, da kommentieren, das ist wirklich so ein richtiges back and forth, also so ein Hin und Her haben und einfach verschiedene Ansichten und anschauen können, wirklich abchecken können, ähm, was gibt es vielleicht echt auch für kreative Ideen, ich denke, das ist wichtig, dass wir da auch, ähm, so sehr ich ein Fan von Umsetzung bin, manchmal ist es auch einfach, wie ich nur mal Ideen zusammenle, dass irgendwer dann kommt und denkt sich, ey, das ist doch mal ein geiler Vorschlag, das mache ich jetzt wirklich oder da mache ich eine Petition auf oder da schreibe ich einen Brief ans Kultzministerium oder was auch immer, Hauptsache man startet irgendwie und wenn es mit in die Tasten tippen ist, in diesem Sinne, denk dran, ich glaube immer an dich, wir beide hören uns im nächsten Video, dein Leo.